Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stellaris Megacrobes. Wollt ihr mehr sehen und meine Zukunft vielleicht nicht verpassen? Dann abonniert doch meinen Kanal. Wir lassen gleich mal laufen und mit der Flotte, mit unseren großen, fliegen wir hier hoch. Bam! Und gehen mal hier rüber und schauen mal, was da so abgeht. So. Boah. Wahnsinn. Die Kosten sind echt hart. Aber egal. Das muss so sein. Was haben wir hier? Ein Beobachtungsposten. Jawohl. Da ist Megastruktur, Megastruktur. Warum hat der so viele? Der hat einen Forschungsnexus. Und... Nein. Nur den Forschungsnexus. Forschungsschiff. Brauchst erstmal nix. Konstruktion kompliziert. Nur einen Forschungsnexus. Sieht auch gut aus. Sonst noch irgendjemand was. Sieht alles gut aus. So, was verbirgt sich hier oben noch? Ein aufgeteiltes Reich. Passt. Passt, 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 passt. Hm. Konstruktion kompliziert. Gut. 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 Gut, gut, gut. Du bist schon da. Das ist sehr schön. Fliegen wir mal rein. Gucken wir mal. Was wir da schadenmäßig anrichten können. Uiuiuiuiui. Boah. Boah, die ist... Boah, das ist ja richtig hart. Eieieiei. Kristallkugel. Die Kristallkugel. Die Oli Max Amada hat die Xolomon-System eine beträchtliche Kristallwesen-Prozess festgestellt. Xolomon ist offensichtlich eine Art Nest oder zumindest ein Zentrum kristalliner Aktivität. Es beherbergt ein Kristallkonstrukt, wie es noch nie zuvor gesehen worden ist. Dieses Konstrukt zeigt mehrere Eigenschaften, die mit den Kristallwesen assoziiert werden, wenn auch deutlich stärker ausgeprägt. Okay. Oh. So. Gebt euer Bestes. Packt sie. Boah, da ruckelt es gleich. Technologie herausgefunden. Und zurückziehen. Da werden ja voll aufgeraucht. Eieiei. Und zurückziehen. Verloren ein Schiffe, beschädigt zwei. Eieieiei. Eieiei. So. Nochmal Verwaltungslimit. Was haben wir hier? Gen-Modifikationspunkte. Regeneratives Rumpfgewebe. Selbstmodifikator. Verwaltungslimit. Gen kommt. Die Gene kommen dran. Die Gene. Schau mal, schauen ob die mehr werden. Das sind die zwei. Du bist fertig. Bauen. Kommst du hier hin. Dann haben wir hier ein Schiffswerft. Wir bauen ein Kolonieschiff. Yes. Bauen wir. Und setze nachher dich hier drauf. 837 Flottmanager. Alle verstärken. Wissen wir nicht. Gut. Sehr schön. Vier Monate. 16. Das ist eine da. Immer noch nicht. Hm. 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 So. Da fehlt noch ein einziger. Ein einziger fehlt. Wohnungen sind genug da. Planeten terraformen. Wohnungen sind genug da. Kommen wir hier runter. Construction complete. Construction complete. Ja, ja, ja. Falsch. Flottenmanager. Alle verstärken. Komm her. Du darfst hier hin. Boom. Gut. Gucken wir hier mal durch. Sonsten terraformen wir uns da einfach ein. Das wäre ja auch nice. Das ist zu klein. 14, 17. Das ist ja alles da, was man braucht. Passt soweit. Gut. Bauen. Hier. Null Prozent. Das ist ja gar nichts. 61. 61. Was haben wir hier? 60. Auch so low. Brauchen noch zwei Stück. Dauert es noch länger. Da war es auch noch lang. Okay. Das können sie ruhig machen. Das ist mir wurscht. Okay. So. Die setzen mir einfach wahnsinnig zu. Die Kackteile. Gut. Gut. Die Konstruktion complete. Ja, du kriegst es. Es passt schon. Es passt dann. Gut, die Punktverteidigung. Das Forschungskomplex. Uninteressant, uninteressant, das Flopter uninteressant, dann kommst du dran. Wenn du fertig bist, kannst du hier bauen. So, wenn du wieder voll bist, marschieren wir nach oben. Gut. Gut. Hier. Wohnungen stehen, ok. Kriminalität passt. Was gebe ich dir dann? Dienstleistungen haben wir genug, Konsumgüter haben wir genug, Dich haben wir genug, auch die Legierungen. Vollzählig, einer fehlt noch. Was bist du? Gut. Hier ist auch was frei, braucht Arbeit. Was gebe ich dir? Jobs, ich gebe dir Jobs. Dann kommen hier Kommt zum Güter. Ok, dann was ist das Holotheater? 10.70 ist vollzählig und wieder weiter. Angriff, Angriff, Angriff. Immer drauf. 8, 9, 4. Bauen. Was haben wir hier? Gleich. Kommst du? Bauen. Passt. Spalt fertig. Du hast es auch gleich geschafft. Konstruktion komplett. Sehr schön. Kannst du hier hin, den Planet kolonisieren. Yes, kannst du. Sehr, sehr gut. Was ist das? Achso. Kurz verwirrt. Tradition 30 Monate noch. Erlasse. Forschung, 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 Forschung. Forschungsgeschwindigkeit plus 10%. Ja. Passt. 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 So, Moment. Ich bin ja hier nicht. Beide. So, Moment. Scheine. Noch mal aufrüsten. Beide. Scan. Da ist jetzt schon. und dann weiter das stimmt die punkt verteidigung das l cluster ein einziges dann haben wir das wurmloch das l cluster war ja hier das l tor bamba sehr gut hier runter du baust hier für 300 das dauert noch ein bisschen kommt hier oben ja gut weiter 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 immer wieder gucken nach dem anführer ist ein einstein dabei was sonst irgendwas schönes du baust hier fliegst hoch du bist bald da sein harten regenwelten gleich ob ich da hochkomme wird das noch sichern installen planetary production guti guti gut forschungsschiff so mal einen speziellen rekrutieren einfach mal schauen kommst du hierher einfach system blöd deckung schloss anomalie brauchen wir jetzt auch nicht mehr das ist auch interessant uninteressant fertig bauen dann habe ich dich eigentlich aufgewertet hier verbessern wir mal aber gut ist das hier auch erledigt hier gucken wir schnell das geht ja fix 14 ungefähr zwei jahre das ist auch soweit dann passt die geschichte auch wenn du fertig bist kannst du gleich hier hin fliegen und dann sage ich an dieser stelle danke fürs zusehen und bis zum nächsten mal servus so 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 so